Ich habe immer noch Minustiefen, ne? So. Ah, okay, das gehört ihnen gar nicht. Aber hier ist eine ziemlich große Armee. Die holte ich mit? Okay. Ah, da ist eine gute Armee. Die Menhirer Männer. Was heißt Menhir? Ich schaue mal später nach. Wer von den beiden ist der Mülleimer? Der Mülleimer. Ja, an sich ist das Zitat in 300 Müll. Das hat er ja nie gesagt. Bezirklich, ja. Ist halt Fantasy, dass er das gesagt haben soll. Aber, naja, die Spartaner haben ja genau das Gegenteil gemacht. So. Gut. Hallo. Uh, Rang 7 schon. Alter. Okay, das kann ich noch nicht machen. Ähm, hier Vateran Armee, das ist halt ... Ah, ich liebe das. Dann geht's bis zu drei Ränge hoch. Ähm ... Angriffsbonus für alle Einheiten. Ich glaube ich, ich mache die unnachgiebige Strahltkraft, weil ... äh ... Damage ... äh ... braucht ... braucht man immer. Motivieren, Gruppe, Loyalität. Aber Loyalität habe ich ja gerade ... Oh, ne, hab ich noch nicht. Okay. Super. Ich hoffe, hier bekommen wir noch mal ... eine krasse Schlacht hin. Äh ... hier oben, keine Ahnung, vielleicht hat er hier ... hier noch mal ... eine fette Armee oder die Armee geht jetzt hier hin. Dann würde ich ... Also ich würde mir wünschen, mit dem General noch mal eine ... richtig große Armee zu ... oder ... große Schlacht zu kämpfen. Ähm ... genau hier. Jetzt haben wir hier nämlich auch wieder positiv und ... äh ... positive ... Nahrung. Okay. Ja, da warte ich noch eine Runde. Ja, Entschuldigung. So ... ich will nämlich gerade schauen ... was das Wort heißt. ... oder ... was das für ein Name ist. Äh ... Mann hier, oder? Wie ist das? Warte mal. Jetzt habe ich halt nicht aufgepasst, wo die Armee hin ist. Äh ... echt ... hier. Äh ... die Mann hier. Ah ... okay, das heißt ... ähm ... die aufrecht stehenden ... unbehauner kultischer Stein aus ... vorgeschichtlicher Zeit. Ah ... also ... Substantiv für Maskulin. Aha. Cool. Ja. Also ... man kennt es als Hinkelstein. Hinkelstein heißt Menhir. Hier. Oder halt ... ist der ... der Name für ... ähm ... für den Stein. Ach ... interessant. 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 Okay, die ... die beiden gehen jetzt hier runter. Wieso hat er eigentlich kaum ... äh ... Bewegung ... Bewegungsfreiheit. Okay. Uh ... die haben zwei Elefanten und ... gepanzerte numidische Kavallerie. Das ist natürlich nicht so ... äh ... rosig für mich. Dann lasse ich das hier oben mal in Ruhe ... und versuche die beiden abzufangen. Oder die beiden ... also ... äh ... die eine Armee. 90% ... ja 90% ist vollkommen in Ordnung. Wäre zwar eine interessante ... oh Gott. Ich hätte es abreißen müssen. Äh ... wäre zwar eine interessante Schlacht gewesen ... wenn er rausgekommen wäre. Aber so ... ist es eher weniger interessant. Finde ich. Uh ... die sind beide fast tot. So bleibe ich mal hier bei der Stadt. Weil dann ... äh ... unterstützen die ... äh ... die 3000 ... äh ... die Einheiten. Okay ... hier ... was mache ich denn hier? Mache ich mal ... Musterungsfeld oder ... äh ... Nummer 1 ist einfach nur ... Spartanische Hukliten. Ja das ... das ist ja gut. Und ich habe schon ... äh ... wieso habe ich schon wieder minus 11? Das ist verrückt. Ah ... wegen den beiden. Okay ... Wie weit können die denn fahren? Die ... die sind von hier ... nach da. Äh ... Sowas nervt ... wirklich ... extrem. Also wenn nur noch so ... so ein paar von einer Fraktion übrig sind ... das ... also ... denen dann hinterher zu jagen ist ... äh ... Naja ... So ... schon wieder alles Geld ausgegeben. Wunderbar. Und weiter. Ah ... die 3000 haben wir es bekommen. Das ist gut. Äh ... äh ... ebenbürtige ... äh ... ne was ... doch ... ebenbürtige ... das Leonidas ... Nahkampfabwehr. Moral und ... und halt ... An sich brauche ich ja nicht Nahkampfabwehr, sondern ... Fernkampfabwehr. Wäre besser gewesen. Quasi äh ... Rüstung einfach nur. Ähm ... Was habe ich hier? Unbeziehbare Obliten. Ah ... 3 ... 3 Verteidiger. Angriffsreichweite für alle Geschoss ... Infanterie. Nahkampfabwehr. Und Rüstung. Ah ... hier ist die Rüstung. Okay. Gut. Das werden dann sehr gute ... Einheiten. So ... ... oh oh oh. Marcelier wurde besiegt. Aber muss ich ja die jetzt wieder pushen. Äh ... das ist cool. Das ist cool dass er jetzt hier reingeht, weil durch seine ganzen Fernkampfeinheiten, also Fernkampfeinheiten ... Kampf Kavallerie vor allen Dingen. Das wäre im Feindfeld auf jeden Fall sehr viel schmerzhafter gewesen geworden. Und so kann ich von allen Seiten kommen und... Der Schatten des Feindes fällt auf uns alle. Werdet ihr Soldaten eine mutige Phalanx aussenden, um ihn zu zerschmettern? Warte, gegen wen? Ach, sie soll aber wo sind die? Gegen wen sollte ich in den Kampf gehen? Die kann ich noch gar nicht sehen, oder? Nee, ich sehe es gerade nicht. Und vor allen Dingen, ähm, äh... Jetzt muss man so irgendwie Herr Massilia wiederbeleben. Ein Kind ist geboren, Nahrungsmittel, dann kann man halt schon wieder. Und schon wieder. Okay, also... Ja, an sich mit, ähm... Mit, äh, Massilia. Die sind ja noch am Leben. Und die haben noch eine halbe Armee. Ja, mal schauen. Also, wahrscheinlich... Gehen... Also, die da werde ich verlieren, ist aber in Ordnung. Die da hoffe ich, äh, behalten zu können. 83. Ja, egal. Kämpfen wir mal. Ähm... Mich, ähm... Mich überrascht es ehrlich gesagt, dass er da drin bleibt. Naja. Also, wenn ihr viel Kaffeele hier habt... Dann immer, ähm, raus aus der Stadt. Äh, nicht warten, sondern, äh, machen. So... Okay, der hat relativ, äh, viel Glück, dass es so eine weiträumige Stadt ist. Also, hier ist es extrem weiträumig. Ähm... Also, er könnte quasi, wenn er hier steht, könnte er, bis ich hier hochkommen, könnte er hier raus... Und, äh, mich umkreisen. Ähm... Aber... Das wird er sicher nicht machen. So, mit denen... Ich hier hin. Gebe ich denen noch Ferienkämpfer mit? Okay. Ja, zwei Stück. Zwei Stück. Müssen reichen. Oh, okay. Die machen wir gleich auf, äh... Auf Brennerschuss. Und damit greifen wir sofort die... Damit greifen wir dann sofort die Elefanten an. So. Die kriegen am vollen Blut! Oh, okay. Beeilung... 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 Warte mal kurz auf die Phalanx. Also, auf die Pikiniere Phalanx. Okay, und jetzt... Warte, hier bitte... Signalschuss. Warte, ihr könnt eigentlich hier die... Angreifen. Oh, krass. Die roten jetzt schon. Das ist echt krass. Okay, er hat sie alle umgebracht. Das ist praktisch für mich. Und jetzt bitte... Normal. Schnell angreifen. Äh... Mache ich jetzt brennenden Schuss? Ja. Er macht Standard. Einfach, äh... Einfach töten. Ja, die machen wir schon... Schönen Schaden. Schnell! 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 General! Schnell! 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 Eine Phalanx! Schnell! Eine Phalanx! Schnell! Schnell! Und was macht ihr da? Unser General wird angegriffen! Bereit! Schnell! 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 So, wie sieht... Seht ihr aus? Ganz gut, ne? Schnell! Schnell! Wir erwarten eure Befehle! Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle! Schnell! Wer Infanterie zu überziehen, durchbrechen, die wir hier nach! So, da versuche ich mal ein bisschen Druck aufzubauen. Genau so wie hier. Wir brauchen die Befehle! Schnell! Schnell! Der Befehle! Schnell! 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 Alles gut, alles fein. Das ist eben der Vorteil bei... also gegen Cavalry. Das ist der Vorteil gegen... Komm. Äh, Vorteil gegen... äh, Cavalry. Mit... also Fernkauf-Cavallry. Weil, sobald die keine Munition mehr haben, sind die eigentlich fast nutzlos. Also, fast. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Also, die... die ist dann halt ja gut gegen, äh, feindliche Fernkämpfer noch. Aber sonst... Äh, kann man die ziemlich gut... Äh, fand ich dann... Schnell vorrücken. Wieso? Äh, nicht... nicht dahin. Aber warte, bitte, äh, ähm, hier die angreifen. Äh, Brennerschuss. Äh, Brennerschuss. Gut, jetzt routen sie schon. Und das war's dann. Der feindliche General ist tot. Der feindliche General ist tot. Das ist halt auch der, der Fehler bei, ähm, bei der KI. Also, das ist noch viel, viel, viel besser. Das ist noch viel, viel, äh, besser als damals, als es rauskam. Sobald beim KI, der, die Elefanten geroutet sind, äh, sind sie instant gestorben. Und, äh, also 230, äh, nicht schlecht. Äh, der ist fast gestorben. Ähm, aber er hat überlebt. Ähm, aber er hat überlebt. Äh, Rang 9. Okay, der hat auch 215 gekickt. Oh, nicht schlecht. Ähm, genau. Aber, ähm, also in dem Fall wäre es jetzt wirklich besser gewesen, die einfach machen zu lassen. Also, ich, ich meine, äh, die, die sind zwar geroutet, aber er hatte da in der Gegend überhaupt keine Verbündeten mehr. Also, naja. Ja, gut. Ein Bergmann ist in den Hügel unweit einer euren Minen, äh, einer euren Minen auf eine reiche Erzader gestoßen. Mine erweitern, nichts unternehmen. Äh, erweitern. Natürlich erweitern geht's. Du bist wie alt? 18. Ne. 21. Und 15. 23? Alt genug zum heiraten? Yes. Äh, spartanische Ehefrau. Ist ja gut. Oh, ein teuer Ehemann. Uh. Das ist sehr gut. Okay, hier unten. Die 3000. Die 3000 rücken mal aus. Warte mal, was hat er denn? Die 3000 schaffen, glaube ich, beide. Hm. Wahrscheinlich nicht, wenn die alle voll sind. Die haben 160 pro Mann. Hm. Ja, ich, ich geh mal in die Nähe. Könnte ich zwar besiegen, aber... ja. Aber da würden sehr viele von mir sterben. Ah, der ist eigentlich schon ziemlich gut. Öffentliche Ordnung. Ah, minus 6% Chance für feindliche Agentenaktionen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Okay, hier haben wir minus 25. Äh. Aber... Das ist auch eine Vollstackarmee. Aber... Ja, das ist quasi die gleiche Schlacht nochmal. Also... Ähm. Wie gesagt. Also, wenn ihr Fernkampf-Kavallerie habt, geht immer aus dem Dorf raus. Hey, Sarah. Bist du gut eingekommen? Warte. Oh. Punkt 6 Uhr. Nicht schlecht. Ich will mich doch verarschen, oder? Mach die Blatt. Ich pack jetzt schon schneller aus. Mach das. Was tut man? Das tut man. Okay, wir haben noch 3.000. Wieso haben wir hier... Ich hab doch genug Stoffe. Also, ja, okay. Achso, eins ist nicht genug. Okay. Alles klar. Alles klar. Eins ist nicht genug. Ah, okay. Er... Er plannert hier. Gemeinheit. So fies. Sehr gut, Dude. Hm. Was mach ich mit dir? Öffentliche Ordnung. Dann machen wir hier... Was machen wir mit dir? Forschungsrate hier? Ja. Willkommen nix. Die sind so langsam. ��분. Die sind so langsam. Das ist so langsam. Alles klar. Tschüss. Jetzt sind wir noch mal. Untertitelung des ZDF, 2020